Hallo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Vielleicht das letzte Video gesehen, da bin ich durch den Tank hingefahren. Ich habe gerade 10 Liter oder 11 Liter, aber ich lasse dich lieber für schmackige 15,27 Euro getankt. Ja, ihr seht die Tankpreise, die sind geisteskrank teuer. Ich fahre jetzt einfach, der leck mich doch. Ich habe ja die Tankpreise in den letzten Tagen schon mitbekommen. Das sind Preise, die kannst du dir nicht ausdenken. Und ja, ich werde heute mal über die Tankpreise reden, warum die so teuer sind, also warum ich denke, warum die so teuer sind. Also warum ich weiß, warum sie teuer sind und wie gut oder schlecht ich das finde. Äh, ja. Also erstmal, warum sind die Preise so teuer geworden? Sie haben ja, sie wollen ja jetzt bis 2030 nur noch E-Autos haben. In der, in Deutschland, keine Ahnung, EU, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich glaube nur in Deutschland. Und ja, da ist das Problem, dass es sich noch nicht lohnt, E-Autos zu holen, weil die viel so teuer sind. Deswegen dachten sich die schlauen Politiker, Digga, lass mal Benzin teurer machen. Ähm, ja. Ja, jetzt kostet Superplus 1,45, wenn man entspannt ist und 1,50 oder noch mehr, wenn man nicht so ganz entspannt ist. Und ja, das ist hier übrigens kleines Ersatzvideo, weil ich jetzt keins mehr hatte, weil es die letzten Tage übel geschneit hat. Also wirklich aufs Feinstanz geschneit und Minusgrad gegeben. Das heißt, es war richtig, richtig saftig, knaftig, kalt. Ja, deswegen nehme ich jetzt hier die kleinen 2-Minuten-Videos auf. Ich hoffe, sie gefallen euch. Erst kleine, äh, Abwechslung, mal so etwas längeren Videos von 5 bis, äh, von 6 bis 10 Minuten, so. Ja, ähm, ich hoffe, dass die nächste wieder Werbung wird, dann kann ich ein paar mehr Videos wieder aufnehmen. Aber bis dahin müsst ihr euch mit solchen kleinen Videos vergnügen, meine Lieben. Meine Füße sind jetzt schon arschkalt und arschend, also deswegen, äh, bin ich dezent abgefuckt. Äh, ja, ich muss erst in letzter Zeit wieder Bahn fahren. Fickt mein Leben halt, komplett. Äh, ich wusste nicht mehr, wie so Bahn, GVH, äh, heißen die überhaupt, GVH-Automaten, solche Ticket-Automaten-Dinger. Ich wusste nicht mehr, wie die funktionieren. Also wirklich hart Lust an der Stelle. Äh, ja, zum, ah, fuck, Digga, was war ich denn? Zum Dreh mal Spritpreise. Äh, die sind ja jetzt auf 50, äh, 1 Euro, 1 Euro, 1 Euro 50, Digga, ja, Mann, äh, 1 Euro 50 hochgegangen. Wegen der Steuer und sowas alles. Äh, vom Benzin, glaub ich, war das, müsste es, falls ich scheiße laber, schreibt's nicht in die Kommentare, beleidigt mich komplett. Schallert mich aus meinem Leben. Ähm, ja, ich werde, ich lese Kommentare auch immer, also könnt ihr gerne welche schreiben. Alter, der offene Luftfilterkasse hört sich so nice an. Äh, ja, ich fahr jetzt nochmal ein kleines Echstum, eigentlich müsste ich hier rechts. Ich fahr jetzt nochmal eine kleine Runde für euch. Damit ich das Video ein bisschen, äh, strecken kann. Und ja, äh, die, wegen Corona sind die Spritpreise ja extrem billig geworden. Wir hatten ja die billigsten Spritpreise seit 30 Jahren oder so. Oder seit 20 Jahren, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und, äh, ja, da war's halt dann noch so 1,30 oder so. Und jetzt haben die halt um, oder 1,20 teilweise sogar. Und ja, sie haben jetzt um 30 bis 40 Cent die Preise erhöht. Wenn Corona demnächst vorbei sein sollte, die Spritpreise wieder hochgehen sollten, sind wir bei fast 2 Euro pro Liter Superplus. Also so, denk ich mal, wird's passieren. Und, äh, also als Motorradfahrer, wenn ich mal ehrlich bin, geht das noch. Aber, äh, als Autofahrer, wo du dann normalerweise schon für 50, 60 Euro getankt hast, bist du jetzt bei 70, 80 Euro dabei dann. Das ist geisteskrank, Leute. Das kann sich kein Schwanz mehr leisten. Außer den Motorradfahrer, die, äh, absolut reich sind. Nein, kleiner Joke. Also mit dem Motorrad geht's halt immer noch, weil du relativ wenig Verbrauch hast. Und relativ, äh, kleinen Tank hast. Wenn du dann zankst, wird 20 Euro halt einmal voll, dann ist das halt so. Deswegen bin ich ja auch so hart da überlegen, ob ich mir wirklich ein E-Auto kaufen will. Oder nicht. Aber wenn die Spritpreise jetzt um jedes Jahr, wie sie geplant haben, um 50 Cent steigen sollen, dann kann ich, äh, mir, äh, mein Verbrennerauto schon mal dezent, äh, abschminken. Ich hoffe, man sieht überhaupt noch irgendwas in dem Vlog. Eigentlich müsste es durch, äh, das neue Schnittprogramm, was ich hab, relativ nice sein von den Farben her. Mir läuft drauf in die Unterhose rein. Ja, Mann! Das wünscht man sich doch. Äh, ich muss hier rechts. So, jetzt fahr ich wieder aus dem Dorf raus. Ich merke, mir macht es schon wieder viel zu viel Spaß, Videos aufzunehmen. Deswegen will ich eigentlich nicht aufhören, Motorrad zu fahren. Aber das Wetter ist so geisteskrank scheiße, dass ich bin nur zur Tanke gefahren, meine ganze Hose hinten ist, ne? Ich bin zwei Minuten gefahren, der ist krank. Mein Krümmer ist nicht mal warm, der ist so komplett nass. Bockt so hart. Oh, Leute, ich liebe einfach Motorrad fahren. Naja, nochmal zum Thema Spritpreise. Also noch, finde ich, für Motorradfahrer geht es, für Autofahrer ist es viel zu geisteskrank teuer. Ich verstehe auch nicht, warum sie die Spritpreise so krass erhöhen. Ich meine, andererseits kann ich es verstehen, aber mehr als 2 Euro pro Liter Superplus ist einfach für mich, für meine Meinung nach, komplett frech. Und macht dann auch immer keinen Spaß mehr, Motorrad zu fahren oder Auto zu fahren. Sie sollten lieber die E-Autos ein bisschen günstiger machen, dass man sich das reißen kann. Und wenn die E-Autos günstiger wären, würde ich mir safe eins holen. Und ja, viel mehr gibt es nur Videos zu sagen, außer, dass ich fucking Bock habe, Videos aufzunehmen. Und es nicht mehr aushalten kann, endlich wieder Sommer zu haben. Weil ich so geisteskrank süchtig bin, Videos aufzunehmen. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr jeden Tag ein Video haben wollt, oder lieber jeden zweiten Tag dafür ein bisschen länger. Ich glaube, ich bin eher für jeden Tag, aber ich weiß nicht. Ich glaube, für den Agrogen muss es auch besser, wenn jeden Tag ein Video kommt. Der Mild-Inhaber vom Kanal hier ist der Meinung, dass jeden zweiten Tag besser ist. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es ja gerne mal in den Kommentaren abstimmen, oder ich mache jetzt eine Abstimmung rechts, wobei ich immer noch nicht herauskomme, wie ich das mache. Aber ja, oder schreibt es gerne mal in die Kommentare, oder sonst was. Dann lasst doch gerne ein Like da, und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen, und uns extrem unterstützen, und uns zeigen, dass wir weiter Videos auf dem Säulen, und teilt das Video gerne noch einen Freunden, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.